PCI präsentiert beleuchtet ja auch manchmal Trends. Ein Megatrend, Megaformate. Wen könnte ich da anders einladen als Andreas Linz von Marazzi? Magst du dich mal vorstellen? Ja, mein Name ist Andreas Linz. Ich mache die Objektberatung für Marazzi in Südbayern und bedanke mich recht herzlich für die Einladung und dass wir unsere Produkte hier zusammen als Partner präsentieren dürfen. Wenn wir schon bei Formaten sind, wie unterscheidet denn Marazzi die Formate? Wir unterscheiden die Formate in die klassischen Formate, sprich 6060, 3060, 60120 als normale gängige Formate. Wir gehen dann ins größere Format über 7575, 75150 und danach kommen wir in das Großformat 120240, 120278 und dann natürlich in unserem Megaformat 160320 cm. Wenn ich das höre, 1,60 Meter mal 3,20 Meter, das ist schon recht groß. Auf der anderen Seite Normalformat 3060, 6060, das war früher mal ganz anders. Da haben wir über viel kleinere Formate geredet. Aber bleiben wir mal beim Megaformat. Transport, Lagerung, ist das eine große Herausforderung? Es ist keine Herausforderung, sondern man muss sich umstellen. Die Verpackung ist anders. Das heißt, wir liefern die 120, 120 Formate auf Normalpaletten. Die größeren Formate dann in großen Holzkisten oder auf A-Böcke in Metall oder auch in Holz. Also alle Möglichkeiten, um das Material einerseits sicher anzuliefern, andererseits auch sicher zu lagern. Richtig. Optik ist heute natürlich auch ein wichtiges Thema. Daher würde mich natürlich interessieren, welche Optiken bietet denn Marazzi an? Wir haben insgesamt 84 unterschiedliche Optiken. Wir sprechen von 52 Optiken in Marmor- und Natursteinoptiken. Der Rest ist eine Zementoptik oder Unifarben. Und die Optiken teilen wir dann noch in Oberflächen dann auf. In einmal einer matte Oberfläche, die satinierte Oberfläche, unsere neue Oberfläche Satin Plus und die glänzende, polierte Oberfläche. Also auch, was die Oberflächen angeht, wirklich die freie Auswahl. Oberfläche, wenn wir dabei schon sind, der Anfang von den größeren Formaten waren ja immer der Versuch auch Schichtdicke zu sparen, also Plattendicke zu reduzieren. Da hat man dann immer zu Laminierungen auf der Rückseite gegriffen. Wie sieht das denn jetzt hierbei aus? Die Rückseite hat man früher benutzt, um die Platten stabiler zu machen, da wir ja im 3 mm Keramikstärkebereich waren. Wir haben 6 mm, darum ist die Laminierung hinten mit einer Spachtelung von Epoxy und Gewebe unnötig, weil die Platte an sich schon stabil genug ist. Wir bieten es aber trotzdem an, falls Kunden das wünschen. Das zeigt für mich ganz klar, die Auswahl, die wir hier getroffen haben, mit PCI, NanoRapid für den Boden und auf der anderen Seite den Flexmörtel S1 Flott für die Wand, denn gekalt werden muss ja sowieso. Und da wir im Batterien-Flootting-Verfahren in der Regel verlegen, geht das Auftragen natürlich deutlich schneller, ist genau die richtige. Naja, dann ist ja eigentlich alles klar. Wir brauchen zwei starke Partner. Auf Seiten der Keramik, die Firma Marazzi, auf Seiten der Verlegemörtel, PCI.